hier wieder eine folge mega monster im garten live getarnt sitzt er dort auf dem blatt und wundert sich was will der typ mit der kamera da sechs beine das ist nicht die mücke aus der küche das ist das monster aus dem garten gestern noch bei godzilla gegen kinkum in einer nebenrolle heute auf dem blatt im garten von allen gnadenlos zieht er seine kreise über das grün niemand weiß was er da tut warum er da sitzt worauf er wartet bis der urplötzliche angriff kommt war Untertitelung des ZDF, 2020